Wir waren bei der Erklärung von Grundsatz 22 und haben den ersten Satz teilweise erklärt. Ich lese den ersten Satz nochmal vor. Wir haben also soeben in der vorherigen Podcast-Folge erklärt, was Dunkelheit im Denksystem des Egos und was Dunkelheit im Denksystem des Heiligen Geistes überhaupt bedeutet. Sie werden also nur mit Angst assoziiert, wenn du glaubst, dass Dunkelheit verbergen kann. Dunkelheit kann also nach Definition des Heiligen Geistes nicht verbergen. Was wollen wir denn verbergen oder was soll denn verborgen sein? Es kann nur darum gehen, dass wir etwas verbergen wollen. Es kann sich nur um Gedanken handeln. Es kann sich nur darum handeln, dass irgendwelche Gedanken im Geist im Verborgenen liegen sollen, damit wir Angst vor diesen Gedanken haben. Das Ego versucht uns also glauben zu machen, dass es in deinem Geist Dunkelheit gibt. Gedanken der Dunkelheit. Schlechte Gedanken sozusagen. Noch weiter auf die Spitze getrieben. Böse Gedanken. Wenn du das glaubst, dass das in deinem Geist ist, hast du jetzt die Gelegenheit, diese Gedanken dem Heiligen Geist in den Läuterungsprozess zu geben. Das sind Gedanken des Urteilens. Das passiert ganz normal in der Ego-Denksystem-Welt. Jeden Tag auf der Arbeit, im Freundeskreis, in besonderen Beziehungen, in besonderen Liebesbeziehungen. Dass wir in der Dualität unseren Bruder, also den Anderen, den Nächsten heißt es in der Bibel, verurteilen. Dass wir also sagen, ganz einfach, du bist blöd oder sowas. Oder du hast eine Macke. Also, dass du über jemanden so etwas denkst, ist ein Urteil. Diese Gedanken wird das Ego sorgfältig im Geist verstecken und dir dann sagen, dass du dort nicht hinschauen darfst, weil das das Zeugnis dafür ist, dass du letzten Endes der Verurteilte bist. Da ja in der Einsgesinntheit alles eins ist, könnte man das ja so glauben und auch so fühlen. Ja, also wenn ich meinen Bruder verurteile, dass ich mich dann automatisch selber mit verurteile, weil ja bei Gott alles eins ist. Das ist ja einfach zu verstehen. Jetzt müssen wir das nur knacken, indem wir dem Heiligen Geist sagen, okay, Heiliger Geist, ich bitte um deine Führung. Führe mich zu diesen vermeintlich dunklen Gedanken hin. Zeige sie mir. Und dann halte sie mir vor die Nase sozusagen. Und ich sage dann, okay, Heiliger Geist, ich gebe dir diesen Gedanken in deine Hände, damit du ihn aufhebst, läuterst und mir als geläutert zurückgibst. Das ist der sogenannte Aufhebungsprozess. Nennt sich auch Purification-Prozess. In Deutsch wiederum Läuterungsprozess. Okay, verstanden, bis hierhin. Dann gehen wir jetzt wieder auf Musik. Gehen wir also jetzt direkt weiter mit dem Satz 2. Grundsatz der Wunder 22. Du glaubst, dass das, was deine physischen Augen nicht sehen können, nicht existiert. Das ist ganz einfach. Du glaubst also nur, dass materielle Dinge existieren. Zum Beispiel ein Stuhl, ein Tisch, ein Mensch, ein Körper. Das Geistige glaubst du aber, dass es nicht existiert, weil deine physischen Augen es nicht sehen können. Du kannst es aber fühlen. Du kannst fühlen, dass der Christus in dir ist und durch dich wirkt. Das kannst du sehr wohl in einem Prozess empfühlen, erkennen und gleichzeitig auch wahrnehmen. Die Wahrnehmung verschmilzt, wie gesagt, mit der Erkenntnis. Die Wahrnehmung wird so nah an die Erkenntnis geführt, dass Erkenntnis leicht überfließen kann. Das ist Erkenntnis- und Wahrnehmungsverschmilzung. Du glaubst, dass das, was deine physischen Augen nicht sehen können, nicht existiert. Und jetzt kommen wir zu der Erklärung von Grundsatz 22 aus Ein Kurs in Wundern, die Bedeutung von Wundern, Kapitel 1, Grundsätze der Wunder, Römisch 1, Satz 3. Das führt zu einer Verleugnung der geistigen Sicht. Jetzt sind wir beim Hauptthema, also bei der Main Message, bei der Schlüsselerklärung von Ein Kurs in Wundern, schon angekommen. Verleugnung der geistigen Sicht. Du siehst also, dadurch, dass du denkst, dass das, was deine physischen Augen nicht sehen, nicht existiert, ist das eine Verleugnung der geistigen Sichtweise. Wenn du die geistige Sichtweise nicht verleugnest, bedeutet das, dass du dann dein wahres Selbst wiedererkennen kannst. Dein wahres Selbst ist, dass du der heilige Sohn Gottes selbst bist. Frei von Sünde, frei von Schuld. Sünde existiert nicht. Diese Erkenntnis wird dir dann zuteil werden, wenn du die geistige Sichtweise nicht weiter verleugnest. Du könntest zum Beispiel sagen, Heiliger Geist, also Übung oder Aufgabe für den Tag. Heiliger Geist, bitte lass mich meine geistige Sichtweise nicht weiter verleugnen. Du kannst dies auch in einer speziellen Situation, in der du Ärger und Angst empfindest oder Wut, Groll, Hass gegen deinen Bruder, gegen dich selbst anwenden. Du kannst also, Heiliger Geist, lass mich diese Situation nicht verwenden, um meine geistige Sichtweise weiter zu verleugnen. Weil, wenn du deine geistige Sichtweise nicht weiter verleugnest, bist du in der Erkenntnis. In der Erkenntnis sein heißt, dass du dein Wissen, dein Allwissen mit Gott gemeinsam teilst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag in der Erkenntnis, in der Schau Christi. Und jetzt noch ein paar abschließende Worte. Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dich in diesem kurzen Kurs hier heute hingegeben hast. Damit hast du ganz viel gezeigt, ganz viel bewiesen. Das bedeutet, dass du eine kleine Bereitwilligkeit hast, den Heiligen Geist die Führung übernehmen zu lassen. Das ist sehr wertvoll. Wenn du das möchtest, versuche das immer wieder am heutigen Tag zu tun. Deine kleine Bereitwilligkeit für den Heiligen Geist aufrechterhalten, dass er die Führung für dich übernimmt. Das kannst du leicht sagen, indem du sagst, Heiliger Geist, ich bitte um deine Führung. Lass mich zurücktreten und dir die Führung überlassen. umsvinder example Smart Kommunikat model Lake 보면